Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern-Koi-Blog-Schiss-Back. Gefühlt drei Monate Urlaub. Ich habe heute Morgen angefangen, sie wieder neu anzulernen. Nachher kriege ich wieder einen Anschiss, ich würde sie abdessen. Nein, das war Spaß. Ich freue mich, dass sie wieder da ist. Das ist natürlich auch eine große Entlastung. Und da der Winter bei Ihnen, wie bei uns, kurz vor der Türe steht, nein, er steht vor der Türe, wollen wir heute mal über das Thema Belüftung im Winter reden. Weil Belüftung ist, wie Sie wissen, das A und O in der Keuhhaltung und schon im Sommer an vielen Teichen ein eher vernachlässigtes Thema. Und darum möchten wir uns heute mal ein paar Gedanken dazu machen, wie man denn im Winter mit diesem Thema umgehen sollte. Melanie, das würdest du sagen, ein unabgedeckter Teich, der nicht geheizt ist. Also so wie es, muss man sagen, nicht jeder Keuter ist natürlich. Heizen ist optimal, abdecken ist optimal. Viele können sich das nicht leisten, wollen sich das nicht leisten. Weil so, dass du jetzt aus tierärztlicher Sicht sagen, wie sollte man mit einem unabgedeckten Teich in dem Thema Belüftung im Winter umgehen? Ja, also wichtig ist es zu schauen, wie viele Fische haben sie. Haben sie viele Fische im Vergleich auf ihr Wasservolumen? Dann ist eine Belüftung sicherlich auch erforderlich, aber eine minimale Belüftung reicht bei einem unabgedeckten Teich. Und da müssen sie darauf achten, dass die Belüftung nicht in einer allzu tiefen Tiefe erfolgt. Also dass sie wirklich einen Meter unter die Wasseroberfläche gehen und da anfangen zu belüften. Weil wenn sie tiefer gehen, bringen sie die wärmeren Wasserschichten durcheinander, sodass der Teich auch schneller abkühlen kann. Also oft ist auch keine Belüftung bei einem unabgedeckten Teich erforderlich, wenn sie wenig Fische haben, auf ein großes Wasservolumen. Also da müsste man dann nochmal schauen. Das ist individuell, aber sicherlich schadet eine minimale Belüftung über den Winter nicht. Vorausgesetzt, dass sie nicht in einer sehr hohen Tiefe erfolgt. Also dass sie wirklich minimal unter der Wasseroberfläche bleiben. Der Grund, weshalb keine so starke Belüftung im Winter erforderlich ist wie im Sommer, ist zweierlei Begründe. Zum einen, die Koi sind natürlich vor allem, wenn die Temperaturen mal sehr kalt sind, unter 10 Grad, sind die in einem kompletten Winterruhe, in einem Ruhestoffwechsel. Der Sauerstoffbedarf ist da nur ein Zehntel dessen, was jetzt im Sommer bei maximalen Aktivstoffwechsel, man spricht da von 0,05 Gramm pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht. Und im Sommer kann das auf 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde ansteigen. Und dann natürlich auch wieder Gassättigung. Gase können in kaltem Wasser sehr viel einfacher gesättigt werden als in warmem Wasser. Und so hat man auf der einen Seite Fische, die weniger brauchen im Winter, und dann in kaltem Wasser natürlich auch ein Wasser selbst, das sehr viel mehr Sauerstoff gelöst hat. So, jetzt gehen wir mal an den abgedeckten Teich. Das ist das, was ich jedem eigentlich nur empfehlen kann, selbst wenn man mit der Heizenergie geizig ist, auch wenn man auf das Minimale verzichten möchte. Ein abgedeckter Teich hilft im Herbst, im Frühjahr. Im Frühjahr, wenn er richtig abgedeckt ist, man muss immer aufpassen, ob man einen Teich jetzt gegen die Umwelt isoliert oder ob man noch die Möglichkeit lässt, dass Sonnenlicht reingeht. Aber zumindest im Herbst hat man die Möglichkeit, dass die Temperaturen länger oben bleiben in einem vernünftigen Bereich und nicht gar ganz zu schnell auf unter 10 Grad oder unter 12 Grad absinken. Beim abgedeckten Teich, wie würdest du da verfahren? Was wäre da deine Empfehlung? Beim abgedeckten Teich ist eine Belüftung sehr wichtig, allerdings auch nicht so viel, wie sie im Sommer brauchen. Die Fische haben einen reduzierten Stoffwechsel, da reicht die Hälfte der Sommerbelüftung. Und auch da ist es wichtig, dass sie nicht zu tief in den Teich gehen mit ihrer Belüftung. Und ja, wenn möglich, wäre auch gut, wenn sie das separat von ihrer Stromversorgung koppeln könnten, die Belüftung im Teich, falls mal Stromausfall vorhanden ist, dass sie die Belüftung sicherstellen können. Und natürlich auch regelmäßig Sauerstoff messen, wer kann, wäre auch ideal. Also beim abgedeckten Teich ist es durchaus so, dass man da Teiche, je nachdem, wo man natürlich liegt, aber wenn ich bei mir zu Hause sehe, ein abgedeckter Teich, unbeheizt, der kann schon bei 8 bis 10 Grad überwindet werden. Und da muss man sich jetzt natürlich mal Gedanken machen, in dem Moment, wo ich meinen Teich hermetisch gegen den atmosphärischen Sauerstoff abriegele, hermetisch ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, man kann es nicht 100 Prozent abriegeln, abriegeln, aber mal ein kleines Rechenbeispiel, ein 20.000 Liter Teich, der jetzt im Winter bei kühlen Temperatur, sagen wir, 9 Milligramm Sauerstoff pro Liter gespeichert hat. Und man hätte in dem Teich 50 Kilogramm Koi. Und man würde sagen, man kann, man möchte mit der vorhandenen Sauerstoff-Sättigung, nein, man möchte mit dem Sauerstoffwert nicht unter 6 Milligramm pro Liter fallen. Bei 5 würde auch noch nichts passieren, aber gehen wir mal das Beispiel an, dass wir nur die 3 Milligramm zwischen 9 Milligramm, was man hat, und bis 6, uns das mal anschauen, dann reicht der Sauerstoff beim vorher beschriebenen Ruhestoffwechsel gerade mal 24 Stunden. Also wenn jetzt nichts Neues reinkommt, wie von Melanie beschrieben, wenn man jetzt einen Stromausfall hätte, dann würde selbst in kaltem Wasser bei 24 Stunden irgendwo mal die Grenze beginnen, wo die Koi wahrscheinlich noch nicht sterben, aber schon deutlich zu leiden beginnen. Und von daher ist es wirklich erforderlich, dass man da vernünftig belüftet und, wie sie gesagt hat, vielleicht auch auf einen ganz separaten Stromkreis geht. Dass man den Teich, das ist das eine, und so mache ich das zu Hause auch. Ich habe auf dem Hausstromkreis, da habe ich dann meine Luftbombe stehen, und wenn die pumpen am Teich und alles ausfällt, habe ich zumindest noch die Belüftung. Jetzt gehen wir zum Hardcore-Szenario, was man natürlich auch häufig hat, der abgedeckte und beheizte Teich. Das heißt, 14, 16 Grad, was würdest du da sagen? Genau. Also da kann man im Prinzip die Sommerbelüftung durchlaufen lassen. Die Fische erfahren ja in diesem warmen Wasser keinen richtigen Winter, das heißt, der Stoffwechsel ist auch nicht komplett runtergefahren. Die Fische fressen noch, da müssen sie schon, also würde ich sicherheitshalber den normalen Sommer, die normale Sommerbelüftung beibehalten. Ja, also das ist auch absolut meine Empfehlung, und auch hier wieder auf zwei Stromkreise gehen, da ist es wirklich absolut notwendig, würden wir, wir haben es jetzt nicht geschrieben, aber würden wir jetzt das gleiche Rechenbeispiel wie vorher nochmal machen, mit den 9 Milligramm bei 14, 16 Grad, können es dann auch vielleicht, der Startwert nur 8,5 Milligramm sein, der Verbrauch der Koi ist schon deutlich höher, dann hat man vielleicht nicht 0,05 Gramm Sauerstoffbedarf pro Kilogramm Koi pro Stunde, sondern ist dann vielleicht schon bei 0,15. Und dann reduziert sich das plötzlich, und dann werden Sie merken, dass in einem nicht abgedeckten und beheizten Teich es schon nach 10, 15 Stunden komisch werden kann für die Köhen. Ein mir sehr liebgewonnener Koi-Freund hat vor einigen Jahren mal seinen gesamten Bestand dadurch verloren. Der Teich war perfekt abgedeckt und isoliert, und er hat mit sehr wenig Energie 20 Grad halten können, und dann ist aufgrund einer Steuerung, aufgrund eines FI-Ausfalls, einem Heizer, und er war so intensiv, dass die ganze Leitung zwischen Haus- und Teichstrom-Unterversorgung, dass alles ausgefallen ist, auch die Belüftung, und als er morgens reingeguckt hat, war Schicht im Schacht. Ein Punkt vielleicht noch nachgetragen, dass man bei den kühlen Teichen die Luftkugeln nicht ganz auf dem Boden liegt, hat zum einen natürlich zu tun, dass man die warme Schicht nicht so durcheinander bringt, wobei es die auch nur bedingt gibt, aber es ist nach wie vor so, dass 4 Grad warme Wasser fällt nach unten, also wenn es mal ein sehr intensiv kalter Winter ist. Aber auch ganz wichtig, Sauerstoff, aufsteigender Sauerstoff reißt auch immer Wasser mit, sorgt für Strömung, das kennen Sie aus Ihrem Teich, und das würde die Fische in der Überwinterung auch ein bisschen stören. Von daher, so wie Melanie richtig gesagt hat, vielleicht nur auf maximalen Meter, manchmal reicht auch ein halben Meter Belüftung, und ein bisschen reduzieren, und dann sollte das ausreiten. Aber in allen drei Szenarien kann ich eigentlich nur empfehlen, dass der Teich tatsächlich ein bisschen belüftet wird, und in den warmen Teichen, so wie im Sommer belüftet wird, und so wie auch im Sommer, eine Belüftung gehört im Teich und nicht nur im Filter. So, ich glaube, wir haben fertig. Genau, Sie dürfen auch nicht vergessen, dass auch Ihre Filterbakterien Sauerstoff brauchen, nicht nur die Koi, und wenn Sie wärmeres Wasser haben, wo Sie füttern, wo die Schadstoffe abgebaut werden müssen, dann muss auch sichergestellt werden, dass die Filterbakterien genügend Sauerstoff haben, um ihre Arbeit zu leisten. Und auch alle Verwesungsprozesse im Teich laufen dann besser ab, wenn Sauerstoffarmut ist, also die ganzen Schmoddererden, wenn es komisch wird. Da, wo Sauerstoff ist, können Bakterien vernünftig arbeiten, und auch so schlammreduzierende Bakterien können dann eine wesentlich bessere Arbeit leisten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Blog. Tschüss.